Am 7. November war es wieder soweit. Jahrmarkt in Mattersburg. Zum letzten Mal in diesem Jahr konnte man nach Lust und Laune über den Markt flanieren. Viele Dinge, die man sonst suchen muss, bekommt man am Jahrmarkt. Danach geht es dann zum Gasthaus Schwentenwein nach Walbersdorf. Dort findet das schon traditionelle Lammessen nach dem Jahrmarkt statt. Wir befinden uns in Gasthaus Schwentenwein. Heute ist der Jahrmarkt in Mattersburg und da ist immer das traditionelle Schafessen bei uns. Das gibt es in zwei Formen. Einmal mit Leccio und einmal mit dem steirischen Wurzelfleisch. Das macht man jetzt schon um die 70 Jahre. Das ist so Tradition bei uns. Das war schon früher, weil da sind die Leute früher immer am Jahrmarkt gegangen. Heute ist es ein bisschen anders, dass wir die Geschäfte alles kriegen. Aber wir schauen, dass wir die Tradition bewahren. Und so lange es so möglich ist, machen wir das so weiter. Und dann kommen wir das so weiter. Vielen Dank.